Endlich wieder Zeit, um die Sterne zu beziehen. 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 Wir würden mal jemanden von der Besatzung des Newcomer Cafés bitten, sich hier vorne am blauen Lautsprecherwagen einzufinden. Ja Freunde, das ist hier die Gegendemo zur AfD. Da haben sich also verschiedene linke Gruppen zusammengetan mit evangelischen Christen, mit der jüdischen Gemeinde. Guten Tag, ich bin Verordnungsleiter, ich möchte nicht, dass Sie meine Demonstrationen... Ja, ich bin Journalist, ich filme natürlich hier. Verlassen Sie bitte meine Eurekonspräge. Sie werden hier... Sie werden hier... Sie werden hier... Sie werden hier... Sie werden hier keinen Journalist... Polizei! Verpiss dich, Mann! Verpiss dich! Verpiss dich, die Scheißnazi! Verpiss dich! Ich bin Journalist, ich bin Journalist. Dann nehmen Sie mal einen Pressausweis für mich, kommen Sie mal vor die Seite. Lehen Sie mal bitte das Handy runter und kommen Sie mal zur Seite. Was ist das denn für ein Journalist? Jetzt ist hier noch polizeiliche Maßnahme, der Film ist jetzt erst mal untersagt.